Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um den Smart Meter Rollout. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, wir haben ja auch am letzten Freitag einen Livestream zum Thema gemacht. Ungefähr eine Stunde haben wir darüber geredet, dass eben am 31.01. die neue Marktanalyse vom BSI zum Thema Smart Metering veröffentlicht wurde und damit tatsächlich auch offiziell endlich der richtige Startschuss für den Smart Meter Rollout passiert ist. Wir haben im letzten Monat ja schon mal ein Video gemacht zum Thema, es gibt jetzt die drei Hersteller, die drei zertifizierten Hersteller von Intelligent Messsystem, aber die Marktanalyse war noch nicht veröffentlicht im Dezember. Jetzt ist sie veröffentlicht, 31.01. und damit ist praktisch jetzt seit einer Woche, wenn ich dieses Video veröffentliche, der Smart Meter Rollout offiziell gestartet oder angekündigt. Wir müssen uns das noch ein bisschen genauer anschauen, weil in dem Begleitdokument, nämlich der Allgemeinverfügung zur Feststellung der technischen Möglichkeit des Einbaus der Intelligenten Messsysteme, wird eben gesagt, so, wir haben jetzt die Geräte, das ist jetzt technisch möglich, die Voraussetzungen des Messstellenbetriebsgesetzes sind also erfüllt. Es soll sofort losgehen, was aber eigentlich nur heißt, dass praktisch jetzt keine aufschiebende Wirkung einer Einspruchsfrist gegeben ist, denn es gibt theoretisch eine Einspruchsfrist, also so richtig, richtig offiziell gilt diese Verfügung als zugestellt zum 17. Februar 2020. Aber wir haben jetzt den Start einfach schon mal da und die paar Tage machen jetzt auch nicht mehr viel Unterschied. Aber, aber, ich sage wieder aber, wie auch schon im letzten Video, denn, na klar, es geht jetzt wirklich los, das heißt, die Pflichteinbaufälle müssen jetzt angegangen werden. Aber, wie wir es ja auch schon in einem anderen Video namens Tarifanwendungsfälle uns angeschaut haben, die Smart Meter, die jetzt da sind, die jetzt zertifiziert sind, können noch lange nicht all das, was wir eigentlich von Smart Metern haben wollen. Im Video Tarifanwendungsfälle habe ich ja beschrieben, von den 14 aktuell beschriebenen Tarifanwendungsfällen, also Dingen, die ein Smart Meter tun kann, sind aktuell nur 4 plus 3 in der Entwicklung tatsächlich da. Also die werden überhaupt erst so richtig abgebildet und das ist eben noch lange nicht das, was wir im Sinne eines Smart Crits, im Sinne von Steuerungsmöglichkeiten und Co. haben wollen. Das heißt also einerseits, es geht los, aber die Geräte können noch lange nicht all das, was wir eigentlich haben wollen, aber auch eine Voraussetzung der Zertifizierung war, dass sie eine gewisse Update-Fähigkeit, also Firmware-Upgrade-Fähigkeit auch aus der Ferne haben. Dementsprechend werden die weiteren Funktionen dann hoffentlich noch in der Zukunft kommen. Zweites aber, es ist auch explizit in dieser Marktanalyse formuliert worden, dass die Pflichteinbarfälle eingegrenzt werden bis zu 100.000 Kilowattstunden. Das heißt alle RLM-Zähler, alle die jetzt schon als Großkunden eine 15-minütige Lastgang-Auszählung haben, die bekommen jetzt erstmal keine intelligenten Messsysteme, weil die Voraussetzungen da auch noch nicht unbedingt technisch gegeben sind in den Geräten und auch alle EEG- und KWK-Anlagen, die ja zur Steuerung auch bestmöglich an den Gateway heran sollen, sind da erstmal davon befreit. Die sind erstmal kein Pflichteinbaufall, weil da eben auch noch ein paar Dinge in den Geräten passieren müssen. Das ist explizit auf den letzten Seiten der Marktanalyse mit formuliert. Dementsprechend haben wir also ein Aber, was die Einbaumenge noch mal eingrenzt. Aber, was haben wir denn jetzt? Was sagt denn jetzt dieser Rollout-Startschuss tatsächlich aus? Wir haben also jetzt Pflichteinbarfälle ab 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch beziehungsweise ab 7 Kilowatt Leistungsabgabe von Einspeiseanlagen. Da muss jetzt eben ein intelligentes Messsystem, ein Smart Meter, der dauerhaft mit einem Gateway kommuniziert, eingebaut werden. Alle darunter bekommen eine moderne Messeinrichtung. Das ist der Smart Meter, der nicht dauerhaft kommuniziert, sondern einmal im Jahr aus der Ferne ausgelesen wird. Diese Pflichteinbarfälle des intelligenten Messsystems, das sind so in etwa knapp 4 Millionen Geräte in Deutschland, die jetzt erstmal drunter fallen würden. Und wir haben jetzt einfach mal, wie gesagt, Pflichteinbarfälle mit einer gewissen Fristigkeit, mit einer gewissen Quote, die über die Jahre hinweg erfüllt werden muss. Und das Wichtigste, was wir dabei beachten müssen, ist, innerhalb der ersten drei Jahre, ab jetzt, drei Jahre ab jetzt, müssen 10% der Geräte eingebaut werden. Und das sind dementsprechend etwa 370.000 Geräte bundesweit, die jetzt erstmal eingebaut werden müssen. Müssen. Mindestens. Mindestens heißt, es kann natürlich auch so sein, dass wettbewerbliche oder auch grundzuständige Messeinrichtungbetreiber sagen, wir hauen die Dinger jetzt raus. Wir haben super coole Ideen, wir haben super tolle Geschäftsmodelle, wir wollen die Dinger überall einbauen. Und dementsprechend könnte es auch schneller gehen. Ganz wichtiger Punkt zum Einbau, der muss mindestens drei Monate vorher angekündigt worden sein vom entsprechenden Messeinrichtungbetreiber, und das ist ja auch oft der Netzbetreiber, die müssen also drei Monate vorher, vor dem Einbau bei uns im Keller, Bescheid geben, dass das Gerät jetzt eingebaut wird. Es gab dann durchaus Fälle, wo das kurzfristiger versucht wurde, so mit zwei Wochen, obwohl es im Messeinrichtungsgesetz ganz klar geregelt ist mit drei Monaten. Und da hat jetzt praktisch auch ein Gericht final festgestellt, dass das so nicht geht. Und dementsprechend ist dieses Vierteljahr als Ankündigungsfrist auch dringend notwendig. Und das ist es jetzt im Prinzip ja auch schon. Also wir haben jetzt tatsächlich den Startschuss für den Smart Meter Rollout. Alles von 6.000 bis 100.000 Kilowattstunden, alles von 7 Kilowatt bis 100 Kilowatt Einspeiseleistung, ist jetzt unmittelbar betroffen. 10% davon innerhalb der ersten drei Jahre. Und alles Weitere wird dann in der Zukunft noch passieren, inklusive neuer Fähigkeiten und Funktionen der Geräte. Wie gesagt, alle anderen Geräte, die 40 Millionen anderen Geräte unter 6.000 Kilowattstunden, die bekommen dann eine moderne Messeinrichtung. Über die Jahre hinweg auch. Das wird genauso nebenbei passieren. Und dann schauen wir mal, was da noch so weiteres passiert. Ich werde natürlich über die nächsten Wochen und Monate hinweg weitere Videos zu diesen Themen machen, denn es passieren natürlich noch neue interessante Sachen. Wir werden ja auch in diesem Jahr wahrscheinlich die nächste Marktanalyse schon bekommen. Die wird nicht erst wieder Januar 2021 kommen, sondern wahrscheinlich so im vierten Quartal. Eben genau, weil es ein paar rechtliche Anpassungen geben wird, voraussichtlich genau wegen diesen EEG- und KWK-Anlagen, die auch steuerbar sein sollen. Und noch so ein paar andere Dinge entlang der Digitalisierung der Energiewende, die da in einer Roadmap auch niedergeschrieben sind. Dazu gibt es sicherlich auch nochmal ein eigenes Video irgendwann. Ja, und dementsprechend bleibt es spannend. Wir werden in den nächsten Tagen ein kleines Themendossier, White Paper zum Smart Meter Rollout nochmal veröffentlichen. Das wird auf der E-World auf jeden Fall mit ausgedruckt sein, solange der Vorrat reicht. Und ansonsten wird es dann als PDF eben auch bei uns runterladbar sein. Und da könnt ihr das euch dann nochmal genauer zusammengefasst anschauen, was alles wichtig wäre. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder was auch immer ihr mit uns besprechen wollt, kommt auf der E-World vorbei, Halle 4, Stand 619 im Innovationsbereich. Oder schreibt es einfach unten in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Wir sind gerne ansprechbar. Hier werde ich euch jetzt mal noch zwei weitere Videos verlinken zum Thema Smart Meter Rollout, nämlich das vom letzten Monat mit den drei Herstellern und auch der Punkt mit den Tarifanwendungsfällen. Und ansonsten bleibt ihr bitte mit dran. Bleibt hier bitte Abonnenten oder abonniert, wenn ihr den Kanal noch nicht bisher in eurer Liste habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Kommentiert, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt. Und bleibt dran. Schaltet das nächste Mal wieder ein hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.